Es ist so lustig. Oh, und jetzt sind wir wieder hier. Da oben ist ja noch ein Secret. Äh, ähm, aua! Aue, lass das! Also, ein bisschen zu viel Risiko. Den einmal mitnehmen. Ah. Mist. Okay, ich dachte, den können wir jetzt damit durchnehmen. Um den da reinzupacken, weil wir brauchen hier zwei. Hm. Aber wo kriegt man den zweiten her? Weil hier und hier ist nix. Wenn ich den versuche, damit durchzunehmen, dann geht das nicht. Ah! Kämpft gegeneinander, mein Lakaien! Ach nö, jetzt habt ihr euch wieder verbündet. Hä, 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 hä. Äh, ähm, au! Au! Alter, der hat mich in den anderen Bildschirm geprügelt! Den wollte ich haben. Okay, der öffnet das, aber das war doch eben schon offen. Hä? Äh, äh, da wollte ich gar nicht hin. Ah! Da bist du ja! Aua! Äh, soll das Tor so auf? Ich glaube, das ist ein Bug. Hä? Wo war ich denn gerade? What the fuck? Okay, das geht also nicht. Man kann das Ding nicht da durchschießen. Hä? Aber wie kommt man denn da sonst hin? Aber hier ist diese komische Lava-Dingsbums. Die geht korrekt zu. Die andere Tür geht nicht korrekt zu. Oder ist das einfach nur... Momentchen mal. Äh. 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 Moment. Ha. Okay. Der hat mal den... ...an den zweiten machen müssen. Wo bin ich denn jetzt? Was zum... Der kann weg. Der kann weg. Der kann weg. Und der kann auch weg. Alter, wo bin ich denn hier? Wer bist du denn? Hat sich jemand von Star Wars hier verhört? Ich hoffe, der klaut mir keine Teile. Ich glaube, ich kenne dich. Aber in viel jünger. Ich hielt dich sogar in den Armen. Ich bin Sargon und ich war Ram. Hm. Aber das warst du. Das Leuchten in deinen Augen. Ich bin mir sicher. Und du scheinst perfekt für meine Herausforderung. Ähm. Was für eine Herausforderung? Sicher. Hast du mich erwartet? Im Grunde jeden, der vorbeikommt. Ein perfekter Ort für eine Herausforderung. Meinst du nicht? Okay. Ich setze drei magische Glocken frei. Hoch oben. Wo sie niemand erreicht. Toll. Denn es erfordert Geduld. Ein Sinn für Muster. Und Einfallsreichtum. Äh. Da hast du den Falschen. Vielleicht. Ach. Niemand ist dafür fähig genug. Vergiss es. Ich habe den Berg Kav überlebt. Teste mich. Hm. Beeindruckend. Falls du es schaffst, gebe ich dir eine Belohnung. Also? Bist du fähig genug? Naja, also ich habe noch, äh, eine neue Quest annehmen. Der unmögliche Anstieg. Ja. Hervorragend. Genau. Zeig einfach, wozu du fähig bist, Jüngling. Bereit? Äh. Können wir nochmal mit ihm reden? Alle drei magischen Glocken. Geduld. Achtsamkeit. Einfallsreichtum. Und vergiss nicht. Du hast, was es braucht. Aber ist es auch genug? Das ist die Frage. Ja, also ich habe noch 7 Gigabyte und 20 Minuten. Äh. Was ist hier? Ach ja, ich kann ja gar nicht auf die Karte gucken. Hier gibt es nichts. Au. Alter. Na, das war nicht hoch genug. Komm ich da rauf? Nö. Au. Alter. Nein. Da komme ich nicht rauf, so. Nein, drück doch. Ich drücke immer die falschen Tasten. Nein. Boah. Gibt es da irgendwo Zwischenlevel? Nein. 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 Ah, ranziehen, ranziehen. Lädt sich das dann eigentlich wieder auf, wenn man sich ranzieht oder ist das dann weg? In dem Double Jump meine ich. Au. Sag mal. Da gibt es bestimmt nur einen Herzcontainer. Ah, Junge! Aber gut gemacht, dass das tatsächlich immer wieder von Anfang startet. Au! Die Dinger sind aber auch... Nein! Nein! Ah! Nein! Kommt da irgendwo auch Zwischenplattformen? Ah! Ah! Dass diese scheiß Spikes auch oben an der Seite sind, ist nervig. Ah! 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 Nein! Ich muss üben. Also, Moment, ich darf nur einmal jumpen? Jumpen? Ah! Oh, da rüber zu kommen ist echt scheiße. Nein! Alter, ich war so weit. Und ich hab nicht mal ne Karte, ich weiß nicht mal wie weit das ist. Au! Das nervt echt, dass das an der Kante schon, dass man da nicht sich noch festhalten kann. Weil hier oben geht es, aber in der Mitte der, aber am Ende der Kante geht es nicht mehr. Siehste, da geht's nicht mehr. Komm, also ich geb dem noch, ich geb dem noch ne Chance. Uff! Muss ich die alle sammeln? Oder reicht es, wenn ich die nach und nach zu ihm zurückbringe? Au! Verdammt! Muss ich die alle drei gleichzeitig sammeln oder reicht es, wenn ich... Ich guck mal, ob ich die einzeln bringen kann. Weil das wäre deutlich einfacher, als alle drei zu sammeln. Weil wenn ich alle drei gleichzeitig sammeln muss, dann würde ich sagen, nee, sorry. Nein, 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 nein. Au! Also wenn ich alle drei gleichzeitig sammeln muss, dann vergiss es, Junge. Dann ist dein Quest wirklich zu schwer. Ich bin doch nur ein Casual-Player. Ah! Zu hoch, zu hoch. Ah, diese scheiß Höhe. Auf der Höhe. Zu tief. Zu tief. Leck mich. Ich wollte eigentlich noch irgendwie Progress machen und nicht hier festhängen, während das Stream Deck dauernd ausgeht. Komm. Ja. Start nochmal von vorne. Es geht schneller, wenn ich da runterfalle. Also 10 Minuten Timer, auf dem muss ich mal umstellen. Nein! Nein! Alle drei magischen Glocken. Geduld ab. Du hast, was es braucht. Ab. Wie jetzt? Ich muss alle drei gleichzeitig? Ach nö. Komm, wo sind die anderen? Ich guck jetzt nur mal kurz, wo die sind. Ah, da ist sie nicht. Nächste. Nein! Ah, die sind auf beiden Seiten. Wo ist die dritte? Ich hab zwei von drei gefunden. Nein! Ah, komm. Das wird wieder so eine extra lange Special-Folge auf YouTube, die sich keiner anguckt, weil sie drei Stunden geht. Warum komm ich da oben nicht ran? Auf der anderen Seite komm ich da oben ran. Nee, komm, leck mich. Nee, komm, leck mich. Natürlich geh ich. Ja, weil deine Herausforderung einfach nur scheiße ist. Ja, Okay. Malatende. 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 Untertitelung des ZDF, 2020